Herzlich Willkommen zum MTMT Podcast. Der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klinkseisen und Christopher Herrmann. Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht? Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit. Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse. Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber. Ist da... Ja, und? Ja, ich hab halt... Die Hanna lag im Schlafzimmer und hat sich bepisst vor Lachen, weil ich mit der Pina halt so inbrünstig gesungen hab. Und es wurde immer rougher und immer wilder und immer lauter. Das ist der Knödeltenor, der inbrünstige... Nein, ich kann jetzt den Knödelton nicht vorsingen, weil ansonsten halt die Trommelfälle von den Leuten, die zuhören, platzen. Hä? Ist ein Knödeltenor nicht ruhig und tief? Schon, aber halt so ein... Was ist denn denn... Was ist Tenor überhaupt? Ist Tenor... Tenor ist eigentlich ja hoch. Ist hoch. Genau. Was ist der Tiefe? Was wäre ich, wenn ich singen würde? Du bist Bass halt. Bass. Okay. Bariton ist eigentlich dazwischen. Das bin vielleicht ich so ein bisschen. Ich glaube, meine Singstimme wäre auch... Ja, so. Ich würde ja so singen. Genau. Mein Vater war auch ein tiefer Bass. So Johnny Cash mäßig. Aber du kannst auch... Mach mal die hohe Stimmlage. Mach mal das hohe C. Ich könnte auch so singen. Ja. Herzlich willkommen zu meinem Tim-Tier. Schneeglöckchen, Weißröckchen. Ist das schon eine Adventsfolge? Du kannst du geschneit. Ja, du kannst das. Du wohnst in den Wolken. Dein Weg ist so weit. Okay, eigentlich hätte ich das aufnehmen müssen und der Pina vorspielen. Dann würde ich dich nämlich auch zum Gesangsunterricht abends... vorm ins Bett bringen einladen. Das Gute ist, wir haben das aufgenommen. Sehr gut. Also du kannst dich also darauf einstellen, dass du jeden Abend so in die Straße so und so, das sage ich jetzt nicht, weißt du, das ist geheim, weißt du ja schon, wenn du WhatsApp-Weiß und Donald Trump und alle Leute am Nordpol. Der Weihnachtsmann weiß es sowieso. Der Weihnachtsmann weiß es eh genau. Kannst du vorbeikommen um 10 nach 8, jeden Abend. Okay. Okay. Also, ich habe letztens drüber geredet, dass ich es geil fände und ich will das glaube ich immer noch machen, das steht so ein bisschen auf meiner Bucketlist, dass ich mal Gesangsunterricht nehmen will. Weil ich finde, auch wenn du nie singst, ist es ein richtig geiler Skill, wenn du singen kannst. Auch wenn du ihn nicht benutzt im Leben. Mega. Mega. Und ich glaube, das interessiert mich auch, weil ich kann null singen. Ich glaube, jeder kann singen. Du musst es halt einfach nur den Skill irgendwie lernen, brauchst halt einen Profi, der dich da durchführt. Da hätte ich mal richtig Bock. Und mit was geht es einher? Das haben wir schon sehr, also wieder biomechanisch nerdisch können wir jetzt werden. Krasse Atemarbeit halt. Voll krass. Ich habe mit meiner, was ist das? Was ist die Frau von meinem Schwager? Meine Schwägerin? Könnte sein, oder? Ich wüsste, was ich meine. Also die Frau von dem Bruder meiner Frau. Ja. Also ist ja auch wurscht. Die ist Sängerin. Ja. Und die sagt immer so, Andi, hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du so toll singen kannst. Also so spricht die dann auch und so weiter. Das ist lustig. Und als mein Vater noch lebte, hat sie mit ihm auch immer gesungen. Und tatsächlich auch so, weil mein Vater gesagt hat, ab einem gewissen Zeitpunkt hat er seine Stimme verloren. Ja. Also bei diesem, too much information, ist ja auch egal. Und da hat sie mit ihm wieder singen geübt. Und da haben sie halt nur Atmarbeit gemacht die ganze Zeit. Das war geil. Das ist schon spannend. Ja. Ja, das muss ich noch machen mit dem Gesangsunterricht. Habe ich Bock. Darf ich kurz was sagen? Okay. Der Basti ist da. Aber nur kurz. Aber nur kurz. Ich höre da noch wieder auf. Ausnahmsweise. Ich höre auch wirklich auf. Also ich habe heute nichts beizutragen, außer anekdotisches Wissen. Wisst ihr was? Die letzten Male, als ich mit dem Quiz hier gepodcastet habe, war mir sackkalt. Ja. Und heute ist mir so warm. Ja, mir ist so warm. Ja. Sag ich doch. Dass ich als allererstes mal meine Socken ausziehe. Meine Haxen hat es so krass gefroren die letzten Male. Gut, das mache ich auch. Das ist eine gute Idee. Oder? Ein bisschen barfisch sein. Oh, wisst ihr, was wir auch gemacht haben, Quiz? Das. Oder? So, wer kann am nächsten zur Kamera werfen? Wie viele Punkte kriege ich, wenn ich die Kamera verdecke mit meinen Socken? Ja, nichts. Das hätte ich auch schaffen können, wenn ich es gewollt hätte. Ja, genau. Aber du kommst ja nicht mal in die Nähe der Kamera. Okay. Außerdem, wie wolltest du die schlecht gefaltet? Ja, hey, schlecht gefaltet. Okay, alles klar. Ich höre jetzt auf. Also, was ich damit sagen wollte ist, Basti, ich freue mich krass, dass du da bist und du bringst die Sonne zurück in mein Leben. Oh, danke. Ja, deswegen ist es mir so warm. Ja, ich nehme die Kälte von euch weg. Schau da draußen. Und saug sie auf, weil mir ist gar nicht so krass warm. Es liegt zwar Schnee, aber die Sonne ist trotzdem. Du bist also jetzt schon verweichlicht, oder wie? Aber ich meine, du warst ja gestern im Meer. Ja. Ja. So krass verweichlichten kann man doch in so kurzer Zeit überhaupt nicht. Aber irgendwie denke ich es schon. Vielleicht ist es bisher doch viel im Kopf. Vielleicht kommst du schon von einer sehr verweichlichten Ausgangssituation. Also, ich und Kälteresistenz sind die besten Freunde gewesen, bis ich aufgehört habe, Kajak zu fahren bei minus 15 Grad. Und seitdem bin ich so ein Warmduscher, das stimmt. Und es ist ja auch schon ein paar Jahrzehnte her, von dem her ... Aber weißt du was? Wenn du ein Warmduscher bist, weißt du, was dann sehr gut für dich geeignet ist? Ja, Kaltduschen. Nein, die leckeren Fertiggerichte von Löwenland. Okay. Den Engel habe ich jetzt nicht verstanden, aber ... Ja, ich meine, da machst du dir einfach einen schönen, warmen Eintopf. Weißt du, der erfüllt einen ja auch so mit Wärme einfach. Das ist ja normal anders, als wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ein Steak isst oder so. Du hast recht. Hey, der Jörg, by the way, dem habe ich jetzt mal Löwenanteil mitgebracht, weil der Tizzi und der Jörg immer sagen, ja, du sprichst immer von Löwenanteil und dass ich so bestellen kann, aber bring mir halt mal was mit. Jetzt habe ich dem beiden was mitgebracht. Der Jörg hat es, pass auf, genau, gestern. Vorgestern Abend hat er es gegessen zum Abendessen. Hat gemeint so, ja, boah, ich habe das ganze Glas reingedrückt. Und da habe ich gesagt, ja. Digga. Ja? Weißt du, was er gesagt hat? Gestern Mittags, wenn man ein Burger essen gegangen hat, hat gemeint so, boah, ich weiß nicht, ob ich was essen kann, ich bin immer noch so Sand von Löwenanteil. Das ist süß. Das ist schon wirklich süß, weil so ein Glas ist. Grüße von der Becky übrigens. Danke zurück. Ja. Also ihr kriegt mit Code MTMT, kriegt ihr 10% von Löwenanteil übrigens von Löwenbraten. Löwenbraten? Könnt ihr Löwenbraten? Habe ich auch verstanden. Habe ich auch verstanden. Ist ja auch egal. Meine Mama ist auch Fan, die sagt immer Löwenbraten. Weil, als sie ganz früher mit meinem Bruder, als sie noch ganz klein war, mal auf der Wiesenbar, es gibt doch beim Löwenbräu-Zelt, sitzt doch der Löwe oben drauf. Ja. Und der nimmt dann immer einen Schluck und dann sagt er, Löwenbräu oder irgendwie so. Also irgendwas sagt er. Und mein Bruder hat halt Löwenbraten verstanden und dann hat er immer gesagt, Löwenbraten, Löwenbraten. Und deswegen sagt meine Mama zu Löwenanteil Löwenbraten. Kurze, kurze Story. Geil. Löwenbraten. Das ist auf jeden Fall was für die winterliche Wärme von innen. Löwenbraten. Weißt du was, Basti, du darfst dich vergessen, öffentlich herzukommen, weil hier lernst du auf jeden Fall, dich durchzusetzen. Irgendwie spreche ich ja. Also hier lernst du definitiv, Leuten ins Wort zu fallen, dich durchzusetzen und alles, was du so brauchst. Du verlierst gerade gegen diese Tasse Kaffee. Ganz kurz, wenn wir schon dabei sind. Schaut mal, also wenn ihr das seht, ich habe ein leckeres Getränk gepanscht. Christopher. Make an intelligent guess. Was ist da drin? Also irgendwelche Joghurtreste, ausgespült mit Wasser. Das habe ich gesehen, aber das ist ja immer der Klassiker. Das ist halt irgend sowas, entweder Sahne oder ein Rest Joghurt. Dann ist das Blueberry, weiß nicht wie der Geschmack offiziell heißt, Whey ist drin, glaube ich. Falsch. Dann sind einfach Blueberries drin. Hast du meine Blueberries geklaut? Es sind Blueberries drin, ja, ich hoffe, dass es deine waren. Hast meine Blueberries geklaut? Sehr gut. Ja. Dann ist irgendwas, hast du eine Orange da reingeschmissen, eine ganze. Könnte sein, oder? Oder eine ganze Zitrone oder sowas. Könnte sein, habe ich aber nicht. Eine ganze Zitrone wäre viel saurer, mein Freund. Das würde man auf jeden Fall nicht merken. Das ist mit dir los. Aber du hast irgendein Obst reingeschmissen. Ja, eine Banane, die auch so sauer ist. Also auf jeden Fall eine Banane. Was sind denn die Stückchen da drin? Die Stückchen sind deine getrockneten Aprikosen. Ah. Ja, vielleicht können sie auch einen Rumpel oder so, ich weiß nicht. Ich hatte keinen. Ja, okay, das macht Sinn. Also, wir machen jetzt das mal kurz, weil ihr kommt eh nicht drauf. Ja. Also, es ist ein Joghurtrest drin, tatsächlich, um so ein bisschen eine Grundsäure reinzubringen und so was Molkenhaftes. Dann habe ich als Grundlage ein Vanilla, klassisch Vanilla Whey drin. By the way, ESN, Shoutout. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Vanillas es gibt, aber Vanillamilk, wer es noch nicht ausprobiert hat und wer halt denkt, es gibt keine Nuancen von Vanilla, es gibt krasse Unterschiede. Vanillamilk, Testsieger. Das war sehr gut, was du uns gestern oder vorgestern präsentierst hast mit der Sahne. Das war Vanillamilk auch. Das war Vanillamilk. Das war tatsächlich krass. Kann ich gleich auch noch erzählen. Also, was da drin ist, ist eben halt Joghurt mit Wasser, als Grundlage klassisch Vanille und dann eine Banane, Salz, getrocknete Aprikosen und jetzt kommt es Isoclear Cherry. Und das macht so diesen Säurekick, dass es nicht zu süß wird. Ich meine, Vanille und Banane wissen wir ja alle so. Und es gibt halt einfach so eine schwere, so eine breite Süße und das aber abgerundet eben so ein bisschen mit diesem Cherry Isoclear. Köstlich, Leute, sage ich euch. Wirklich gut. Ja, sehr lecker. Also, wenn ihr Löwen braten wollt, Code MTMT. Wenn ihr ESN bestellt, auch Code MTMT. ESN braten quasi. Und kommentiert auch mal, ob irgendjemand diese Rezepte vom Andi auch mal nachmacht oder ob der sich immer nur die Mühe macht, neue Rezepte zu erfinden und niemand so probiert das aus. Das wäre richtig traurig. Ich stelle euch das andere Rezept vor, das es am Montag gab. Das war eben Vanillamilk Flavor von ESN mit halb Wasser, halb Sahne, weil ich bin ja in diesem, wie heißt es, Winterarg oder so, hast du ja mir auch faktoriert. Also, ich muss ja viele Kalorien aufnehmen und das habe ich noch angereichert mit geschmacklosem Vitago. Das ist, glaube ich, schon 10 oder 12 Jahre abgelaufen, aber es schmeckt köstlich. Das macht den Unterschied? Ich glaube schon. Also, genauso wie bei einem guten Wein oder so, es ist einfach sehr gereift und dementsprechend schmeckt es einfach noch besser. Und die Konsistenz, ihr habt es ja probiert, beide, also phänomenal. Wirklich phänomenal. Das kam aus dem Freezer und das war halt wirklich wie so ein echter, dicker amerikanischer Milkshake. Aber der hat so eine breite Vanilligkeit gehabt. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Die so breit den Mund ausgekleidet hat. Das war köstlich. Immer wenn der Andi über Geschmäcker redet, dann müsst ihr eigentlich auch das Video dazu schauen, weil er beschreibt auch die Geschmäcker immer sehr mit vielen Gesten und dann versteht man eigentlich erst, was er wirklich meint. Ja. Ich meine, there's layers to it. Definitiv. Aber hallo. Und Sahne ist schon auch ein wichtiger Layer gewesen, weil diese Breite, ich glaube die Vanille, die du gerade beschrieben hast, die Grundlage für die Breite ist die Sahne gewesen. Die Sahne aber wirklich auch das Vitago und natürlich der Flavor an sich, so Vanillamilk. Aber wenn ihr euch dann vorstellt, dass quasi durch das Vitago, das transportiert sich nochmal in so eine Breite, ist ja auch egal. Wir haben auch ESN Vitago jetzt bekommen, das müssen wir jetzt auch mal testen. Das testen wir auch mal, genau. Gerade mit der Kombo will ich es ausprobieren. Okay und jetzt Leute, mal Spaß beiseite, dass ihr endlich auch mal wirklich zum Wort kommt. Wir sprachen gerade von Layers. Gibt es Layers im morphologischen Bereich von Sehnen? Weil Sehnen, habe ich mir sagen lassen, sind heute das Thema dieser Podcast-Folge. Richtig? Ja. Hatten wir uns vorgenommen, ja. So. Schön, dass ihr alle da seid. Nur kurz eine Side note noch. Wir saßen vorhin beim Kaffee zusammen, habt ihr schon gemerkt. Und ich hatte so, ich habe an die beiden so adressiert, hey, kommt es euch nicht auch so vor? Als wäre man so eine Woche vor Weihnachten, wo man immer nur noch so, hey, let's go, Weihnachtsfeier hier und da und so und in so einer geilen Laune ist, weil halt nur noch so, also ein Fest, das nächste jagt, so kam ich mir vor. Vielleicht erklärt es auch so die Stimmung, die ihr jetzt so wahrgenommen habt. Aber jetzt Spaß beiseite, weil ihr beide seid ja sehr ernsthaft in diese Materie eingestiegen. Basti, du ja schon längere Zeit, seit Jahren. Quiz seit Kürzerem, aber auch jetzt sehr, sehr intensiv, wie man dich ja auch kennt. So. Ich freue mich also sehr von euch zu lernen, wie ich meine Sehnenprobleme in den Griff bekommen kann. Das habe ich dir schon längst gesagt, man muss einfach mal aufhören, mich zu ignorieren. Ich erinnere mich auch dran, du hast es wirklich gesagt. Ich fand es auch ein guter Tipp, aber ich habe auch gemerkt, dass das noch nicht durchgedrungen ist. Also vielleicht wird er heute noch was leisten. Leute, hört ihr es? Hört ihr es? Sie maßen sich an, die besten Coaches der Welt zu sein. Und watschen mich dann ab, so ich habe es dir schon öfters gesagt. Ja, das reicht halt dann vielleicht nicht. Dann müsst ihr mich halt überzeugen. Ja. Wir müssen dich noch irgendwo abholen. Okay, also jetzt mal Butter bei den Fischen, wir fangen jetzt an. Ja. Ja, oder? Vielleicht, Basti, ich würde mal so anfangen, dass du erzählst, und das wissen ja auch alle, die regelmäßig den MTMT-Podcast hören, weil du hast ja auch schon beim Quiz diverse Male darüber gesprochen. Genau. Wie hast du dich denn initial um das Thema gekümmert? Warum war das wichtig für dich? Weil ich betroffen war. Okay. Und es ist ja meistens so ein Ding, dass man betroffen von irgendwas ist und sich dann tiefer mit einer Sache auseinandersetzt. Ich hatte eine Patellase in Terninopathie. Also, ich wollte gerade sagen, glaube ich, hatte ich damals auf jeden Fall, wie es jetzt so ist, das ist mittlerweile auch schon, keine Ahnung, vier Jahre her oder sowas, wo ich das initial bekommen habe, oder hatte halt Knieschmerzen, habe dann ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht, bevor man zum Arzt geht, wie man das halt so macht, mit irgendwelchen Zinkverbänden, wisst ihr das noch, wie ich mich eingerappt habe? Ja, Mann. Also, ich hatte Erde und Zement um die Knie hin, ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich dann doch irgendwann zum Arzt und habe dann MRT und da waren meine beiden Patellaseen sehr entzündet und es war ein klassisches Bild von einer Patellaseen-Tendinopathie und dann habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich habe dann natürlich Physiotherapie bekommen und es war alles nicht so irgendwie, wie es funktioniert hätte und niemand konnte nicht mehr sagen, was ich machen soll. Was hast du gemacht in der Physiotherapie damals oder was haben die mit dir gemacht? Ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Also, es wurde die Frage, weil die wussten, dass ich halt auch irgendwie Trainer bin und Sport studiert habe und so und theoretisch ja auch irgendwie mal eine Idee hatte, was man macht, haben sie mich gefragt, ob ich schon mal ein exzentisches Training probiert habe. Dann kann ich mich noch sehr, sehr klar erinnern, weil ich so war, immerhin, oder? Ja, immerhin. Also, wurde Training thematisiert. Genau. Und dann, ich hatte so… Und, hattest du schon mal exzentrisches Training probiert? Ja. Ja. Also, in dem Kontext dann mit so Heavy-Slow-Resistance-Training und so, wie ich das dann im Nachhinein progressiv aufgebaut habe, nicht so, beziehungsweise man macht dann halt einfach so exzentrisches Training und denkt, man macht dann halt irgendwie, keine Ahnung, da wird dann dann auch so was gesagt wie, ja mach doch mal Pistols, nur exzentrisch, das ist dann gut für deine Sehne. Wenn sie krank entzündet ist, dann bist du auch so, es tut krass weh, ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist. Physiotherapie weiß ich gar nicht mehr so genau, also wir haben schon so Stabi-Sachen gemacht, auch tatsächlich. Ja, da kennen sie nicht, diese Stabi. Und, ich meine, und vor allem… Ich war da im Thilo früher. Staatsbibliothek. Ja, genau, Staatsbibliothek-Sachen gemacht und man ist dann ja auch so in der Rolle des Patienten und will dann auch irgendwie klug aufschwätzen und so und man macht halt einfach mit, aber das ist schon so diese halbe Stunde, was ja auch nur eine halbe Stunde immer war, ist schon immer so ein bisschen, okay, was machen wir hier eigentlich? Was machen wir hier eigentlich und kann ich mich nicht einfach wieder hinlegen oder irgendwie so, ich glaube, ich hatte so Strom, meine umliegende Muskulatur wurde natürlich auch gelockert und es hat sich schon immer kurzfristig gut eingefühlt und irgendwie weich. Es gab auch, ich hatte nie dieses, was man ja auch oft hört, irgendwie diese Friction, diese Querfriktion und dass sie ja richtig krass in die Szene reingehen und Schmerz triggern und so weiter, das hatte ich zum Glück nicht. Aber sonst wurde da schon viel gemacht. Zum Glück nicht, was heißt das? Ist das nicht gut, oder? Ich glaube, dass es nicht so gut ist, ne. Und das ist halt unangenehm. Also das war mein erster Gedanke jetzt, tut das Zau weh. Unangenehm, wissen wir ja, dass du ein Weichei bist, für den wir gerade am Anfang schon… Das wäre jetzt nicht so ein Problem. Ich glaube, Warmduscher war das Wort. Ah, Warmduscher, meine ich nicht. Weichei ist schon echt ein bisschen zu krass eigentlich. Das ist eine… Ich kann schon auch mal dem nehmen. Jetzt hast du eine Grenze überschritten. Ich habe gestern erst wieder mit meiner Frau genau über sowas diskutiert. Aber es ist ein anderes Thema. Aber wahrscheinlich auf Ernst. Auf Ernst, auf jeden Fall. Nein, ganz kurz nur. Also nur jetzt, um alle quasi abzuholen. Ist es ein probates Mittel, das in der Manualtherapie angewandt wird? Nein, ich glaube, das sollte man nicht machen. Naja, das ist ja was anderes. Du glaubst, das sollte man nicht machen, aber wird es denn gemacht? Ja. Das ist ja meine Frage. Okay. Wie funktioniert es? Könnt ihr das kurz erklären? Was da gemacht wird? Also, weißt du es, Andi? Ich frage ja Basti gerade, was gemacht wurde bei dir. Und du hast dich ja damit beschäftigt. Genau, es wurde nicht gemacht. Ich weiß nicht genau, weil es eben halt auch nicht gemacht wurde. Und ich dann dadurch, dass ich gelesen habe, dass es halt nicht unbedingt mehr State of the Art ist, kann ich nicht ganz genau sagen, wie es abläuft. Aber ich glaube, es wird unter anderem mit der Hand oder mit halt gewissen harten Tools, es gibt ja so Keile, Steine und so weiter, halt die Sehne krass massiert oder massiert dann nicht, sondern krass getriggert, um potenziell halt irgendwas anzureizen quasi. Oder halt die Sehne zu reizen, so. Hat das gut mit deiner Achillessehne? Du hast es selber gemacht wahrscheinlich. Klar, ich habe es selber gemacht, bis ich halt Brandverletzungen hatte auf der Haut. An die selbstmanuelle Therapieanwendungen sind legendär. Ja, aber gut, das ist ja letztendlich ein Prozedere, das ja in der Manualtherapie sehr, sehr häufig eingesetzt wird. Dass man irgendwie versucht, lokal irgendwas auszulösen durch dieses ganze Scraping und wie es alles heißt. So viel Stuff. Ganz genau, so. Und es ist ja auch durchaus so, dass es jetzt nicht unbedingt für Sehnen, das glaubt man halt eben auch, dass jegliches Gewebe gleich reagiert. Und da liegt halt der Denkfehler oder einer der grundsätzlichen Denkfehler. Darüber, glaube ich, können wir jetzt auch noch sprechen. Aber das ist so ein Thema, das ja in der Manualtherapie gerade, ich sage mal, mit anderem Gewebe, wie Muskulatur durchaus auch sinnstiftend zur Anwendung kommt. Aber eben nicht für Sehnengewebe. Ja. Ja, genau. Und ich glaube, es wird sogar dann, weil mit der Forschung ist es immer so, man kann sich immer nur um eine Sehne kümmern, auch unterschieden bei unterschiedlichen Sehnen. Und bei mir war es halt so mit der Patellasehne, da hat es einfach keine Rolle gespielt. Und deswegen habe ich mich dann auch nicht weiter damit auseinandergesetzt oder nicht weiter, ich habe es nicht eingefordert oder so. Weil es ist ja durchaus sehr schmerzhaft irgendwie. Und es gibt ja auch, man trainiert, wenn man die Sehne hat, irgendwie nach einer Schmerzskala und so. Und ich habe es immer versucht, eigentlich so wenig wie möglich zu triggern, weil ich, nicht weil ich ein Weichei bin, aber weil ich glaube, dass man den adäquaten Reiz halt irgendwie so setzt. So oder so setzen kann. Und dann der Körper schon sagt, ist das gerade zu viel oder zu wenig. Und natürlich hängt es auch von dem eigenen Schmerzenfinden ab. Ja, und das ist sehr individuell. Und ich bin jemand so, also... Du würdest dich einschätzen, dass du eigentlich schon sehr viel tolerieren könntest. Genau, und dann sage ich, okay, jetzt, also eine Null ist kein Schmerz. Und wenn ich eine Drei spüre, dann ist es auch eine Null quasi. Und deswegen ist es okay, wenn ich immer versuche, schmerzfrei zu trainieren. Und eigentlich sagt man ja, irgendwas zwischen zwei und fünf vielleicht sogar ist okay, wenn man in der Trainingssession an Schmerzen hat, solange es am nächsten Tag weg ist oder am übernächsten. Aber das ist halt, wie gesagt, so. Man muss sehr genau auf die Person, die man, also gerade wenn man dann auch, also wenn es nicht um mich ging, sondern um jemanden, den man trainiert, also was hat, den kann ich auch sagen, hey, Null bis Drei ist okay, aber woher soll ich denn wissen, was eine Drei bei dem ist? Weil manche Leute, jetzt hatte ich tatsächlich gestern, vorgestern erst einen Call mit einer, die eine super crazy Patellatendinopathie-Historie hat. Und ich glaube auch nicht, dass es eine normale Tendinopathie ist, weil die Sehne war ausgefranst und so, also richtig abgefahren. Die musste dann auch operiert werden. Und die hat von vornherein gesagt, die macht so Obstacle-Running oder hat das gemacht, so, hey, ihre Schmerzgrenze, die existiert nicht. Und dann war ich so, okay, wir arbeiten anders. Okay, das heißt aber ganz kurz, vielleicht kann man das jetzt hier schon festhalten, das ist ein Punkt, sei es entdeppert und allgemeiner Menschenverstand so ein bisschen, oder? Ja, ja. Wichtiger Punkt in diesem ganzen Prozess. Ja, aber was soll das heißen? Also ich finde das super schwierig. Gerade so Schmerzskala ist halt so, ja, was soll das heißen? Was soll das heißen? Ich kann das schon irgendwie für mich selber vielleicht einschätzen, aber das nehme ich halt so wahr, wie ich es wahrnehme. Und wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und du sagst, ja, hey, der Schmerz sollte nicht über eine 4 gehen, also weißt du, was kommt an bei den Menschen, wie ist dem seinen Schmerzempfinden? Und so wie du sagst, und das ist ja ganz klassisch, gerade für so Leute wie dich, so ehemaliger Leistungssportler und so weiter, so du weißt, wie grinden geht. Und du hast auch gelernt, einfach so dein, das was, die Signale, die dein Körper dir schickt, einfach mal ein bisschen zu unterdrücken, damit du zum Beispiel Leistung bringen kannst und so weiter. Das ist ja ganz oft so, dass halt Athleten da sagen so, ja gut, für wen anders wäre das wahrscheinlich eine 10 und der Mensch sagt halt so, ja, keine Ahnung, 3 vielleicht. Also an was ist das gemessen? Ich finde das immer, Schmerzskala finde ich total schwierig. Am Ende ist es ja fast so wie die RPE-Skala, man muss halt lernen, damit umzugehen. Ja, aber RPE kannst du, also das ist, das kannst du korrelieren mit was hart Objektivem und das kannst du halt bei einer Schmerzskala halt gar nicht. Also von daher finde ich so, ja, es ist aber schwierig, das heißt nicht, dass man nicht mit einer Schmerzskala irgendwie arbeiten sollte und sowas auch mal benutzen kann, aber wenn sich alles, also wenn dein Coaching sich nur um so Schmerzskala dreht und deine Interventionen, dann wird es natürlich irgendwie schwierig. Also man kann es als einen Faktor schon ranziehen, aber generell ist es so, boah, ist so tricky. Bin ich natürlich voll bei dir. Was ich damit meinte ist so, dass in diesem ganzen Prozess, wie immer, wir wollen ja Grenzen verschieben, also wir sind ja Grenzverschieber und wir wollen quasi die Spektren erweitern und ich denke, dass es einfach so ist, dass das auch so ein Prozess ist, den man in so einem therapeutischen Prozedere definitiv auch lernt, wenn man einen guten Coach oder einen guten Therapeuten hat, eben sowas einschätzen zu lernen. Deswegen glaube ich, ist einfach so allgemeiner Menschenverstand so nach dem Motto Seitzendeppert in diesem Prozess auch so wichtig. Ich meinte auch eher, dass man jetzt in diesem Kontext diesen gesunden Menschenverstand halt als Coach entwickeln muss, weil man nicht davon ausgehen kann, dass der vorhanden ist und man mit dem arbeiten kann. Sowohl als auch auf beiden Seiten. Als Coach, indem man quasi es als Vehikel nutzt, um zu, aber auch quasi als zu therapierende Person, um das zu lernen. Also es ist ein diffiziler Prozess. Ja. Okay, jetzt, ähm... Also du warst bei der Physio und es hat alles nichts gebracht und die haben gleich zusammengemacht, die so ein bisschen random waren. Genau. Also jetzt so in Zurückblickend. Zurückblickend, ja, genau. Kurzfristig war es schon so, ich kann mich, ich weiß nicht mehr, ich hatte irgendein so ein Gerät auch, ich glaube es war einfach halt Elektrotherapie, so das hatte ich auch und es war irgendwie angenehm. Und wir waren doch, ich weiß nicht, ob es letztes Jahr war oder vorletztes Jahr auf diesem, ja, an der LMU quasi, auf dem, ich weiß nicht, es war ja auch, ging ja um Seenreha und so. Ja, Seenreha und so. Die haben ja auch erzählt, dass sowohl Stoßwelle als auch, ähm, Tiefen, also nicht, ähm, nicht Akupunktur, aber so Dry Needling heißt es dann, glaube ich. Und dann schicken die da Strom in die Sehne, dass das halt so auch irgendwie signifikant erforscht ist und dann funktioniert, dann war ich so, okay, geil, sowas wäre irgendwie, also im Nachhinein kann ich sagen, sowas wäre irgendwie geil gewesen. Aber das gab es da leider noch nicht. Und, ähm, oder, beziehungsweise ich glaube, es gibt es auch immer noch nicht, weil ich glaube, der Zugang dazu ist sehr, sehr begrenzt, den man da irgendwie hat. Man muss sich sehr selbst drum bemühen oder man muss in einem, keine Ahnung, Profi-Fußballverein sein und die richtigen Betreuer haben, damit man mit einer fetten Nadel in seine Sehne gestochen bekommt, dann da ein bisschen Strom rein kriegt und das halt ein guter Reiz ist, um die Sehne irgendwie zum, weiß nicht, heilen, regenerieren, anzuregen. Aber kratzt mich alles nicht, ehrlich gesagt. Genau. Weißt du, du kannst darüber reden und da kannst du auch von mir aus Studienergebnisse geben, die sagen, hey, da gibt es einen positiven Effekt, wenn ich diese passive Maßnahme anwende, wie zum Beispiel Stoßwelle oder so eine Elektrotherapie. aber sorry und ich weiß es nicht, aber meine Meinung ist, dass diese Interventionen alle den eigentlich sinnvollen Interventionen massiv unterlegen sind und deswegen frage ich mich mal so ein bisschen, warum wird darüber überhaupt so viel, also wie viel darüber geredet und geforscht wird, so wir sollten doch die aktive, ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon, schrei mich nicht an. Von der Trump oder was? Nordpol. Nice. Jetzt darfst du dich nicht mehr bewegen. Nein, nicht mehr. Da sollte Education passieren in erster Linie über aktive Therapie und es sollten zum Beispiel alle Physios halt checken, was Sehnengewebe ist, dass es nicht so ist wie Muskelgewebe, dass dementsprechend die Interventionen ganz andere sein müssen und warum sowas wie eine manuelle Massagesache gar nicht funktionieren kann. Und darf ich jetzt kurz was sagen, weil das wäre mir jetzt sehr wichtig, dass wir jetzt den Schwenk schaffen, um so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil ich bin der Dundead. Also ich habe das, das, was du gerade beschrieben hast, habe ich ja alles erfahren dürfen. Ja, Shoutout Professor Pfab, der jetzt in London, ich weiß nicht, Arsenal, Teamarzt von Arsenal ist oder so, irgendwie ist ja egal, also halt Premier League. Und bei dem habe ich das alles durchlaufen. Aber ich würde jetzt gerne so, um Verständnis zu bringen, ich würde gerne von euch beiden wissen, wie denn überhaupt, jetzt sind wir wieder bei der Morphologie, was ich vorhin als mein Segway, also meine Brücke quasi zum Schwenk dieses Themas irgendwie versucht habe zu initiieren, was ist denn überhaupt das Potenzial an, ich nenne es mal Heilung oder Therapie bei Sehnenverletzungen oder Sehnendegeneration? Wie ist die morphologische Grundlage, wie muss man sich das vielleicht auch, wenn man es kann, bildlich vorstellen, was in der Sehne passiert, was zu einer Disruption führt, zu einem Problem und wie ist der Umbauprozess, um es quasi wieder so herzustellen, dass es eben kein Problem gibt? Okay, da ist so ein bisschen die Frage, wo man jetzt ansetzt, weil, und auch, wem man glaubt, beziehungsweise nicht, wem man glaubt, aber da gibt es zwei so Lager in der Forschung. Bei der Patellasehne, oder beziehungsweise generell bei Sehnen, ist es glaube ich aber speziell jetzt bei der Patellasehne, weil es da die meiste Forschung gibt, sobald jetzt ich irgendwie weiß, mit der Achillesehne habe ich mich dann nur begrenzt auseinandergesetzt und andere Sehnen gibt es ja nicht im Körper, ist es so, dass wenn man degeneriertes Gewebe hat, unabhängig davon, wie das dann entsteht, da können wir gleich nochmal drauf kommen, passiert das in dem Kern der Zelle. Ist auch irgendwie logisch, weil eine Sehne ist ein Kraftüberträger, ganz einfach erklärt, und sie überträgt schnell Kraft und die Kraft oder die Energie oder wie auch immer, die nimmt immer den direktesten Weg oder den Weg, wo es halt am direktesten entlang geht und wo am meisten Gewebe ist oder am sichersten, die Energie wird nicht am Rand der Sehne übertragen werden und so unsere Körper funktionieren eben auf eine sehr effiziente Art und Weise, sondern geht halt immer durch den Kern, zack, zack. Ich stelle es mir immer wie so ein Blitz vor, der da einfach immer durchgeht. Und wenn man dann aus unterschiedlichen Gründen zum Beispiel eben einfach auch eine chronische Überlastung, eine Sehne überlastet, dann kann es eben passieren, dass dieser Kern degeneriert und die Choragenfasern, die eigentlich immer sehr schön parallel ausgerichtet sind oder nebeneinander, allein sind, also parallel ausgerichtet stimmt glaube ich schon, die sind dann nicht mehr so parallel ausgerichtet, sondern verbrinkelt und verwurschtelt und in einem Scan quasi ist der Kern dann in der Mitte eben sieht man, dass der degeneriert ist. Und was heißt das bildlich oder wie muss ich mir den normalen Sehnenverlauf vorstellen, wenn ich jetzt das optisch zeichnen könnte, so als Bild, wie verlaufen da die Fasern? Weitestgehend eben parallel von dem Ansatz zum Ursprung so, also so wie man sich auch halt einen Muskel mit seinen Fasern vorstellt, damit eben die Energieeffizienz straight von A nach B übertragen werden kann, fließen kann. Also man kann sich das tatsächlich wirklich so vorstellen, oder? Also dass letztendlich, wenn man so will, der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten halt eine Gerade ist und bei degeneriertem Sehnengewebe es eben wild ist. Ja, genau. Vor allem bei der Patellasehne ist es halt so, dass die einfach super straight ist. Die hat keinen Twist. Bei der Achillessehne ist es dann nochmal so ein bisschen was anderes, weil die, könnte ich einblenden, meine gerissene Achillessehne, die ist ganz schön wie so ein Spaghetti-Twist, wie es eigentlich verzehnliche Spaghetti. Da kommt nochmal so ein bisschen ein Twist rein, deswegen ist, also theoretisch, auch so eine Achillessehne-Rehab ein bisschen komplexer als eine Patella, aber bei einer Patella kann man es halt super sich sinnbildlich vorstellen. Genau, es ist einfach quasi eine, wie so eine, wie, ja, eine Linie quasi. Und deswegen ist ja dann auch, oft wird ja irgendwie gesagt so, ja, da ist ein Loch in der Sehne. Und da bin ich immer so, wie, da ist ein Loch in der Sehne. Und das ist ja nur, weil halt auf dem bildgebenden Verfahren, also mein Verständnis jetzt, eben quasi ein Loch, zum Beispiel ein schwarzer Bereich in der Mitte, im Kern der Sehne zu sehen ist. Das heißt aber nicht, dass da ein Loch drin ist, dass die Sehne auf einmal hohl ist. Bedeutet nur, dass eben in der Mitte von der Sehne dieses Kollagengewebe halt ungeordnet und verwurschtelt ist. Und das ist auch so, ich finde es total weird, da von einem Loch zu sprechen. Aber das tun ja dann eben zum Beispiel auch Ärzte und so weiter. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Nocebo. Also musst du das einem Patienten sagen, dass er ein Loch in der Sehne hat? Ist das sinnvoll? Oder gibt es nicht viel, viel bessere Arten, sowas zu kommunizieren? Zum Beispiel, ja. Aber es ist tatsächlich auch so, dass natürlich auch in der Therapie, in der Physiotherapie, also, Shoutout Franzi, du hast nicht zu mir gesagt, da ist ein Loch in deiner Achillessehne. Aber ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern, was du gesagt hast. Aber es ist auf alle Fälle eben eine Unorganisiertheit oder sonst was. Also PhysiotherapeutInnen können das ja wohl auch geweblich tasten. Vielleicht, I don't know. Ja, spannend. War bei mir jedenfalls so. Gut, aber eben, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, total wichtig. Was man, glaube ich, geweblich, also was, ich finde es schwer mir vorzustellen, wie man ein Loch in der Sehne tasten kann oder einen degenerierten Sehnenkern, aber meistens geht mit so einer Degeneration dann noch was anderes einher, als nur quasi dieses, ich finde, Organisiertheit von Gewebe, finde ich eine super Analogie, eine Unorganisiertheit von den Kollagenfasern, sondern es gibt ja auch noch, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, noch mehr in einer Sehne als nur die Kollagenfasern. Die sind ja eigentlich auch nur ein verhältnismäßig kleiner Teil, die Kollagenfasern an sich. Und du hast ja auch noch Flüssigkeit in der Sehne und Matrix und was man auf jeden Fall tasten kann und das kann ich selbst bei mir mittlerweile tasten, ist so diese Puffiness von einer zu aufgeschwemmten Sehne. Jack Tura, Shoutout übrigens, also wenn ihr euch irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen wollt, dann ist eigentlich Jack Tura der Go-To-Guy, weil da findet ihr alles und alles auch weitere, wenn ihr noch weiter irgendwie reingehen wollt, müsst ihr eigentlich auch gar nicht. So, der ist wirklich eine gute Quelle. Der macht immer so diese Analogie von Spongebob, der hat so eine Spongebob-Analogie. Und eine gesunde Sehne ist der Spongebob so wie so ein ausgequetschter Schwamm. Und wenn sie gerade gereizt ist, ist es wie so ein aufgeblasener Spongebob, der super viel Flüssigkeit angesammelt hat. Und das kann ich mir so 100% vorstellen, dass wenn man da eine geübte Hand hat, das definitiv testen kann. Gerade so was, Flüssigkeit, die eingelagert ist. Und ist es nicht so, dass wenn eben da jetzt eine Pathologie vorliegt, eben die Entzündung, weil das ist noch so ein Ding, da wird immer von Entzündung, Entzündung gesprochen, dass dann eben da mehr Flüssigkeit sich ansammelt. Dadurch ist das ganze Gewebe natürlich ein bisschen dicker. Und das ist dann auch das, was du am Ende in dem Bildgebenden Verfahren eben viel siehst, dass halt gewisse Bereiche der Sehne einfach mehr Flüssigkeit haben. Also das ist so mein Verständnis. Und dann ist auch immer so, wenn du hast vorhin gesagt, das hatten wir auch in den ersten Sehnenfolgen schon, es gibt halt einen Unterschied zwischen einer Tendinitis und einer Tendinopathie. Und gibt es noch eins? Tendinose? Tendinose gibt es auch noch. Und also Itis ist ja immer, Itis ist die Entzündung. Aktivierte Entzündung, ja. Genau. Und Tendinopathie, also Partie bedeutet ja erstmal, das ist ja viel gröber. Das ist so, ja gut, da ist halt irgendwas falsch. So deine Funktion ist irgendwie gestört, irgendwas ist beschädigt, whatever. Und auch so dieses ganze, das ist so ein Side-Rant, da müssen wir gar nicht reingehen. Aber mich nervt immer dieses Label, ja da ist eine Entzündung drin. Weil das, was ist dann wieder die Konsequenz? Ja, da müssen wir erstmal warten, bis die Entzündung rausgeht und so. Und das ist halt so, das ist halt kein gutes Praktizieren von Ärzten in dem Fall, weil die stellen diese Diagnosen. Führt dann auch wieder zu, glaube ich, fragwürdigen Interventionen und so weiter. Aber wie gesagt, das ist halt ein ganz eigener Rant. Eine Kategorisierung, die man vornimmt. Und ich weiß nicht, ob man dann über Itis oder Tendinopathie spricht, aber auch so das Lager um J. Kuro macht so eine Differenzierung zwischen Reactive und Chronic. Und ich glaube, Reactive ist dann vielleicht einfach eine Itis, die man kurzfristig haben kann. Genau, die dauert halt nur ein paar Wochen. Wo man halt auch einfach... Wenn dir schon in zwei Jahren deine Patellasehne wehtut, dann zu sagen, ja da müssen wir erstmal warten, bis die Entzündung rausgeht. Macht wenig Sinn. Weil bei einer Itis oder bei so einer Reactive... Also reagiert halt auf einen sehr hohen Reiz, der vielleicht ein bisschen zu hoch war oder zu lang angehalten hat oder wie auch immer. Da kann es auch sein, dass einfach eine Woche nichts tun reicht und es wieder von alleine weggeht, ohne dass man irgendwas macht. Und wenn du aber seit zwei Jahren so eine Entzündung in deiner Sehne hast, dann geht es halt nicht von alleine weg. Dann muss man was machen, definitiv. Das ist ein Momentchenverstand halt wieder, oder? Also, ja. Genau. Und ich habe neulich noch einen Podcast gehört, wo er in Frage gestellt hat, inwiefern denn dieses... Einerseits hilft es ja, okay, das ist Reactive, das ist Chronic. Man hat unterschiedliche Herangehensweisen. Aber wenn man sich von diesen Labels befreit, und dann kommen wir wieder auf seine Eingangsfrage, dann kann man... Weil viele sagen halt, okay, wenn du diese Degeneration im Kern hast, dann bleibt die für immer. So. Sagt ein Lager. Es gibt aber ein paar wenige Beispiele, wo auch der komplette Kern wieder geheilt wurde. Also so, dass man im bildgebenden Verfahren nichts mehr gesehen hat. Also keine Unorganisiertheit des Gewebes, keine strukturelle Veränderung mehr. Dass das Ganze nur bedingt auch mit Schmerzumfinden zu tun hat und so weiter, ist wieder was anderes. Aber diese zwei Lager gibt es. Und das eine Lager, das eben sagt, hey, okay, man kann den Kern nicht heilen, ist da sehr, sehr vehement dabei. Und sagst du, nee, geht nicht. Und das verstehe ich nicht. Wieso? Und ich dachte auch so, gibt es wirklich immer noch diese zwei Lager? Weil es gibt ja faktisch diese Case Studies, wo mit bildgebenden Verfahren nachgewiesen wurde, gezeigt wurde, eben Bilder gemacht wurden von Szenen, die eben ein, in Anführungszeichen, Loch hatten. Dann wurden die richtigen Dinge gemacht und dann war da kein Loch mehr drin. Also warum gibt es noch zwei Lager? Weil es scheint ja definitiv möglich zu sein, dass die Säne, also dass das Hole, in dem Donut, müssen wir gleich nochmal kurz erklären, eben kein Hole mehr ist. Und es eben nicht mehr diese Unterscheidung gibt. Also von daher bin ich so, müssen wir darüber uns jetzt irgendwie streiten? Also nicht, dass sich die Leute darüber streiten, vielleicht tun sie es auch, I don't know. Wissenschaftler sind ja auch schon teilweise sehr petty, wenn sie so ihre eigenen Theorien irgendwie verteidigen müssen. und noch so ein Ding, ich werde immer dran glauben, dass unser System sich eben heilen kann. Ja, absolut. Und jeder, der mir erzählt, dass es nicht geht und dass man deswegen das gar nicht probieren sollte oder, 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 dem höre ich halt nicht zu. Ja, definitiv. Also ich glaube auch zu 100 Prozent, dass es geht. Und mir reichen, auch wenn es, keine Ahnung, nur fünf Case Studies sind, plus ein paar an Pferden, dass es halt funktioniert. Und bei Pferden funktioniert es auch. Da gibt es auch Beispiele. Aber es funktioniert in erster Linie bei Menschen. Genau, es gibt menschliche Studien, menschliche Beispiele, die, wo es eben gezeigt wurde. Ein Profibasketballer gibt es irgendwie. Ja, anyway. Mir reicht es auch. Und, also da, da ist definitely layers to this shit. Es ist anscheinend auch abhängig davon, und das finde ich auch super interessant, wie du in deiner Jugend quasi dazu beigetragen hast, dass sich deine Sehne entwickelt. Also entweder du hast sie sich gut und sehr belastungstolerant entwickeln lassen oder eben nicht. Und das gibt dir quasi eine Prädisposition, eine chronische Tendinopathie zu kriegen oder halt nicht. Beziehungsweise wahrscheinlich, also ich, ich könnte mir das vorstellen, vielleicht auch quasi, inwiefern du das Whole wieder regenerieren kannst oder halt eben nicht. Beeinflusst alles, was danach passiert. Wo ist der Cut-off? Es sind glaube ich, ich habe immer so 17 Jahre gehört. also zwischen so 14 und 17, so zwei, drei Jahre. Bei uns Menschen ist alles super individuell, deswegen sowas auch aber. Ist ja auch egal, aber eben 17 Jahre, so als grobe Faustregel, dass sich eben so quasi deine Sehne aufbaut, über die ersten 17 Lebensjahre und danach wird sich an dem generellen Aufbau nicht mehr viel an dieser Sehne verändern und das bedingt natürlich auch so ein bisschen die Eigenschaften dieser Sehne und dann, wie du gesagt hast, das Potenzial für gewisse Pathologien in den Jahren danach und so weiter und so weiter. Das macht natürlich auch total Sinn, dass es so ist. Also man sollte in den Lebensjahren 1 bis 17 seinen Körper so benutzen, wie er benutzt werden sollte und dann baut sich auch zum Beispiel so ein Gewebe wie Sehne halt erstmal normal auf und davon zehrst du ein Leben lang. Und das ist ja, da gibt es viele Beispiele, also mir fällt jetzt zum Beispiel auch sowas wie Knochendichte ein. Da hast du länger Zeit, also so an deiner Knochendichte zu arbeiten, aber da gibt es auch so einen gewissen Cut-off, sagen wir, bei Frauen liegt der um die 30 Jahre. Alles, was du bis dahin machst, davon kannst du dein Leben lang zehren, weil du eben diese Phase nutzt, um dieses Gewebe resilient zu machen, was danach eben einfach so dem biologischen Abbau früher oder später sowieso unterworfen ist, bis zu einem gewissen Punkt und natürlich kannst du danach auch noch Sachen machen, um dich gesund zu halten, dein Gewebe gesund zu halten, aber, lange Rede kurzer Sinn, so man muss immer diese Phasen nutzen, wo es halt besonders gut geht und die halt die Basis für alles, was danach kommt, dir geben. Ich finde es schon sehr interessant, was ihr jetzt gerade gesagt habt, also auch das ist ja wieder allgemeines Menschenverstandswissen, so würde ich sagen. Boah, weiß ich nicht, das ist schon relativ spezifisch. Nein, aber ich meine einfach so, das ist doch irgendwie genauso wie das Beispiel Knochendichte, das stellt ja auch niemand in Frage, dass es doch irgendwie klar ist, dass wenn du dich viel bewegst und Zug- und Druckkräfte auf deine Knochen wirken, dass die sich natürlich dementsprechend einfach dichter ausbilden. dementsprechend ist natürlich ähnliches anderes Gewebe irgendwie wahrscheinlich auch so dieser Situation unterlegen. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen oder die Frage stellen, wie man das überhaupt untersucht haben wollen will. Also vor allem auch, was ja irgendwie total klar ist, ist, dass je mehr du dich bewegst oder je mehr du gewisse Gewebe, also zum Beispiel Sehne, Stress, desto kräftiger, sage ich es einfach mal, als ein Wort, wird sie sich ausbilden. wie sehr die Regenerationsfähigkeit da tatsächlich auch irgendwie nach oben gerammt wird, das ist sehr spannend, finde ich, wie man das irgendwie nachvollziehen wollte oder will. Will ich jetzt aber auch gar nicht zur Debatte stellen. Ich will viel mehr, weil wir sind ja auch ein, das war tatsächlich glaube ich auch eine einfache Hypothese von mir, dass ich dir das vorstellen könnte. Ich will auf alle Fälle, weil wir sind ja ein Anwendungs-Podcast, deswegen will ich jetzt sehr, sehr schnell in die Anwendung gehen, weil ich würde, du hast ja davon erzählt, was du alles gemacht hast mit wahrscheinlich mäßigem bis keinem Erfolg und ab wann hat sich letztendlich ein Erfolg in der, im Therapieprozess bei dir eingestellt. Was hast du auf einmal anders gemacht? Und da, Grease, würde ich dich dann auch gerne bitten, dass du dann auch gleich erzählst, was du gemacht hast. Wir haben ja beim einen der letzten Podcasts eben über deinen Fuß und auch über deine Sehne gesprochen. Ja. ganz schön gelb rauchst du mit den Füßen oder wie? Rauchst schließlich. Das ist gut für den Erhalt von Mobility. Das hättest du auch gern, gell? Ach! Ich kann es nicht. Okay. Okay. Es tut mir echt leid, Leute, aber so ein ernstes Thema. So ernst ist es auch nicht und das ist übrigens, glaube ich, auch einer der Punkte, vielleicht mein lustiger Hut, der mich dazu bringt. Der sehr relevant war, glaube ich, für meinen Therapieerfolg, also speziell bei mir, dass, ähm, was habe ich jetzt noch gemacht? What's happening? Ich weiß genau, was du sagen willst und das ist auch, bitte, das ist eine ganz wichtige Message. Das ist eine sehr wichtige Message, die du jetzt rausbringen musst. Hey, du hast aber an die Schultern. Ja, ich bin auch, ihr habt ja noch nicht gerätselt, wie er leichter wird im Team, aber ich bin es nicht, auf jeden Fall. Obwohl ich schon einmal Rennrad fahren war jetzt auf Mallorca. Egal. Also du hast ihn gerade umarmt wegen was, was er noch gar nicht gesagt hat. Ja, genau. Aber jetzt sagen wird. Jetzt sagen wir es gleich. Also ich hoffe, ich finde es noch, also ich bin ja richtig gespannt jetzt gerade. Ich habe nämlich kurz nicht zugehört und weiß nicht, was du gleich sagen willst. Wie kannst du nicht zuhören? Ich habe Probleme mit meinem Shake hier drüben. Ich habe festgestellt. Du warst auf einmal voller Puder. Das Thema nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, als ich an diesem Punkt war, hat sich die Möglichkeit eingestellt, wirklich auch nicht mehr so davon betroffen zu sein. So. Unabhängig. Weil ich habe ganz, ganz viel gemacht in den letzten vier Jahren und es ist auch, ich nehme jetzt ein bisschen was vorweg, es ist auch immer noch so, dass es immer mal wieder akut ist und dann wieder nicht mehr. Und das aus den unterschiedlichsten Gründen. Das ist lustig, muss ich erzählen. Ihr habt mir vom Fahrrad gefallen. Und auf allem hat mir nur das eine Knie weh getan. Auf Malle. Auf Malle, ja. Das erste Mal mit Clickies fahren. Ich bin halt so umgefallen wie so ein Depp. Cool vom Hipster, vom Hipster Café eingefahren. Nee, das war so ein Harley-Davidson-Café. Scheiße, Mann. Und die ganzen Biker saßen so drin und haben gesehen, wie du so langsam umfällst. Da war so Sand auf dem Boden. Ich konnte mich da ganz gut rausreden und auffangen. Auf jeden Fall. Das war bevor wir losgefahren sind eigentlich. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten wir dann mit Knie. Das war so schlimm. Ja, natürlich. Hab mir dann die ganze Zeit mit Knie. Genau. Ich war so, okay, ich hab gerade wirklich nichts gemacht. Also wirklich nichts, was auch nur annähernd irgendwas mit Schnelligkeit, einem hohen Reiz, einer krassen Landung, einem Absprung oder, oder, oder zu tun hat. Das war einfach nur Unsicherheit in einer Bewegung für mein System, wo irgendwas quasi gesagt hat, oh, warte, mach lieber nichts mehr, jetzt muss es wieder wehtun. und so. Und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass in den letzten vier, fünf Jahren, es gab es immer wieder Trigger, stressige Phasen, wo natürlich auch immer ganz viel in stressigen Phasen, das schläft man nicht so gut, man ernährt sich nicht so gut, es kommt immer ganz viel zusammen, aber das sind Faktoren, die dann laut quasi Theorie und Forschung und so weiter eben nicht, nicht dazu passen, dass es eine wirkliche Überlastung oder ein zu hoher Reiz war und trotzdem waren meine Knie davon sehr agitiert und dazu auch passend ist, dass es dann manchmal wie mit einem Fingerschnippen von einem Tag auf den nächsten oder von vielleicht einem Tag auf zwei Tage später weg war, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, ohne dass ich irgendwelche Eissus gemacht habe, ohne dass ich irgendwie krass meine Biomechanik verbessert habe und mich jetzt irgendwie viel besser bewegt und so, das ist auch alles passiert in den letzten fünf Jahren, aber das ist so spannend, das ist der Punkt, den du ja gerade angesprochen hast und das ist halt so wichtig, so ist es kein Weltuntergang und es ist ja was, wo niemand, vermeintlich niemand, den man irgendwie so auf Anhieb trifft, wenn man dann zu einem Arzt geht, zu einem Physiotherapeuten, der einem helfen kann oder die einem helfen kann, aber man ist nicht lost dabei und es gibt irgendeine Komponente, die man sich nicht erklären kann oder noch nicht erklären kann, wie die, die ich jetzt gerade beschrieben habe, aber einfach zu akzeptieren und man hat es, man kann was machen, man muss was machen auf eine bestimmte Art und Weise, es kann sein, dass es ein bisschen dauert, Punkt, und dann muss man es halt machen und that being said, das ist dann der zweite Punkt, der, wo ich mir selbst im Weg gestanden bin, dass ich wahrscheinlich eineinhalb Jahre oder so gebraucht habe, bis ich herausgefunden habe, okay, auf diese Art und Weise muss ich es jetzt machen und muss ich es aufbauen und das ist, wie ich gerade gesagt habe, ein sehr langwieriger Prozess, wenn ich dann nie so durchgezogen habe, wie ich ihn hätte durchziehen sollen, jetzt im Nachhinein und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich es halt irgendwie so mache und so und auch gerade berücksichtigen von dem, was wir gerade gesagt haben, so zwischen 14 und 17 habe ich wahrscheinlich nicht die optimalen Sachen für meine Sehne gemacht, so. Ich bin sehr viel, sehr lange in dem Boot gesessen, genau, ich fahre einmal die Woche joggen. Du hast ja zum Beispiel auch gar keine Achillessehne, du hast ja nur Warte. Also zum Beispiel. Darf ich kurz was sagen, weil es ist, ich will es festhalten, bevor ich es vergesse, also du sprichst die ganze Zeit von dem, was der Quiz vorhin auch gesagt hat, von Selbstorganisation und das ist, glaube ich, ein Wort, was einfach gerade im therapeutischen Kontext halt, das wird nicht, oft wird es wahrscheinlich gar nicht mal gekannt und wenn es gekannt wird, wird es nicht ausscheißend wertgeschätzt. Ausreichend. Wollte ich sagen, aber vielleicht auch ausscheißend, also so. Hey, hey, ausreichend. Und das ist, hey, das ist total wichtig. Ihr seid da für mich, wenn ich das jetzt so skizzieren darf, auf einem Spektrum an dem jeweiligen Ende. Der Quiz in seiner absoluten Wolverine-Hybris, Selbstorganisation und ich werde auf alle Fälle, naja, ich muss es ja mal so darstellen jetzt. Ja, aber es ist halt keine Hybris, es ist halt einfach so. Ich bin halt der Wolverine. See, that's about, that's what I'm talking about. Ist auch egal. Nein, aber es ist ja gut, dass wir es so darstellen können. Also 100% davon überzeugt, es wird funktionieren. Und du warst zeitweise, bist zeitweise, rein von deinem Physokonomen und so weiter halt am anderen Ende des Spektrums. Ja, ich hätte auch noch eine Diagnose. Also Dr. Kreese kommt jetzt kurz. Ja, das ist alles psychosomatisch. Auch sowas Dummes könnte ich mich auch. Ja, also. Red weiter? Elaborate. Eigentlich Punkt, aber ich muss es eigentlich noch mehr stressen. Weil Leute, das ist total wichtig, weil wir sprechen heute über Sehnen, aber das, was ich jetzt gerade versucht habe, auf diesem Spektrum zu erklären, ist für uns alle immer wichtig. Wir werden immer wabbern auf diesem Spektrum zwischen diesen beiden Punkten. Und selbst jemand wie der Quiz hat in Anführungsstrichen schwache Momente und gerät von dieser Rechtseitigkeit auf diesem Spektrum mal in die Mitte oder sogar auf die Seite, dass er halt Sachen in Frage stellt und halt Zweifel hat, das Punkt, Punkt, Punkt. Aber im Großteil der Zeit sollten wir uns auf alle Fälle am Kreese wirklich, das meine ich jetzt echt ernst, ein Beispiel nehmen und nine times out of ten eher den Weg gehen, den du gehst meistens und einfach fest davon überzeugt bist, dass Selbstorganisation eintreten wird, wenn man sie nicht behindert. Und das ist echt, Leute, das ist für uns total wichtig. im Trainingsprozess, im therapeutischen Prozess, im Prozess des Lebens. Aber da sind wir dann bei dem Thema, ich kann mich noch daran erinnern, als der Severin, Shoutout, mich gefragt hat, warum ich so bin, wie ich bin. Also weißt du, ja, also danke erstmal so, ich fühle mich geehrt und so weiter, aber man kann das ja nicht einfach machen oder sein. Also ich weiß auch nicht, warum ich so sehr Doch, kann man schon. Man kann es entwickeln, safe, aber die Frage ist so, wie und wie viel davon, ja, bist du halt so, wie du bist quasi? Also ich finde, das ist natürlich ein ultra spannendes Thema und was dahinter steckt, ist natürlich so, wenn du fest an eine Intervention glaubst, dann wird sie funktionieren. So deswegen gibt es den Platebo-Effekt, deswegen funktionieren sau viele Dinge, die eigentlich nicht funktionieren dürften und so weiter. Das ist ja so ein bisschen das auch, was dahinter steckt und natürlich auch so dieses ultimative Vertrauen in dich selbst, in deinen eigenen Körper und so weiter. Aber, also es ist jetzt eigentlich eine ganz andere Folge, ein ganz anderes Thema. Ja, absolut. Aber vielleicht das Thema. Wie man das so entwickelt, so das, also ich denke da viel drüber nach und weil ich eben so diese eine Frage damals, da war ich so, jo, das ist eine verdammt gute Frage. Das ist eine richtig, richtig gute Frage und auf die habe ich jetzt keine, natürlich keine einfache Antwort. Aber weißt du, was ich da noch... Du kannst ja nicht sagen so, hey, lese das Buch und danach... Nein, nein, aber ich würde auf alle Fälle noch ergänzen, es ist ja nicht nur so, dass du eben so Wolverine-Hybrismäßig sagst, ja, passt schon, es wird schon und so weiter, sondern mit Selbstorganisation, mit der Macht und der Metakognition über Selbstorganisation, über den Fakt, das Grundprinzip ist ja ableitbar davon auch eben Selbstwirksamkeit und davon Selbstverantwortung. Und das ist ja genau so ein Punkt, der da noch total wichtig ist in unserem Prozess hinzuzufügen. Weil es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ja, wird schon wieder, ich mache einfach alles, so wie ich es bisher gemacht habe und dann passt es schon. Weil das ist ja genau der Punkt nicht, sondern du stellst eine Arbeitshypothese auf, arbeitest dich in einen Punkt hinein, ihr beide, ja, und dann kann man es überprüfen. Und das ist ja genau der Punkt, den wir in einem selbstverantwortlichen Leben eben graspen müssen. Und nicht so, ja, scheiße, ich bin jetzt fremdbestimmt, das Gegenteil von Selbstbestimmtheit und ich muss mich meinem Schicksal ergeben. Und das hat ja damit extrem viel zu tun, mit deiner Einstellung. Ja, und das hat auch was damit zu tun, dass ich vorhin gesagt habe, mich kratzen diese ganzen Stoßwellen, Sachen und so weiter nicht. Interessiert mich nicht. So, könnt ihr von mir aus aufhören zu researchen? Bitte hört nicht auf, das zu researchen, das hat immer noch seinen Wert, obviously. Aber ich bin bei solchen Dingen, habe ich halt eine extreme Haltung und das ist genau das. So, ich will nicht wissen, was irgendwer anders mit meinem Körper machen kann, damit es mir vielleicht besser geht. Kratzt mich nicht. Ich will wissen, was ich machen kann in meinem Training, damit es mir besser geht. Ja, und da muss ich jetzt auch gleich nochmal so disclaimer-mäßig, der Quiz hört sich jetzt so hart an, mach keinen Shitstorm und sonst irgendwas, weil es ist das gleiche. Doch, mach mal einen Shitstorm. das bringt Reichweite, ist gut. Ja, okay, mach mal einen Shitstorm, aber das ist das gleiche, was wir auch immer in Manualtherapie einfach in dem Kontext auch hatten. natürlich, wir sind verantwortlich dafür, dass wir Dinge verändern, weil nur wir können es nachhaltig, keine externe Intervention, niemals im Leben. Also nicht wir als Coaches, sondern wir als Individuen. Genau, wir als Individuen, wir als Menschen. Aber natürlich, und das, dann sind wir uns ja auch einig, jegliche externe Möglichkeit könnte mithelfen, um zu, deinen Therapieeffekt zu verstärken. Also das wollte ich nur noch mal festgestellt wissen, dass es einfach so ist, dass du das ja nicht verteufelst, aber du verlässt dich logischerweise lieber auf das, was du proaktiv beeinflussen kannst. Ja, Circle of Influence, Stephen Covey, lest's. Und das ist das gleiche, was du gemacht hast. Sorry, I digress, biggest time, wie immer, aber das wollte ich einfach mal feststellen wieder, weil das ist einfach total wichtig, dass gerade in jeglicher Therapie, und jetzt haben wir bei Sehnen, jetzt kommen wir auch gleich wieder zurück zu den Sehnen, ganz praktisch, das ist ein Fakt, den Leute, den dürfen wir echt nicht vergessen. Und den müssen wir auch, also für uns als Individuen, aber auch, wenn wir gerade halt Coaches oder Therapeuten sind, dann ist das so ein wichtiger Fakt, den wir allen Menschen, mit denen wir arbeiten, mitgeben müssen. Die Ermächtigung und auch quasi einfach das Placebo, zu sagen, hey, du kriegst es hin, weil dein Körper hat alle Möglichkeiten. Kannst du, also was wäre quasi mein Ende des Spektrums gewesen? Also so wie du gerade quasi dem vom Quiz Attribute zugeschrieben hast, wie Vertrauen in die, Selbstorganisation einfach machen und dann wird es schon. Genau. Naja, du bist zeitweise, hast du ja beschrieben auch, am gegenteiligen Ende gewesen. Also so in Fragestellen, Scheiße, ich kann es nicht lösen, es kommt immer wieder und so weiter. Und eben zu viel hinterfragen und paralysiert sein von, ich weiß die Antwort jetzt noch nicht final, ich weiß nicht, was ich machen soll, deswegen mache ich vielleicht gar nichts und dann wird es aber immer schlechter und immer schlechter und immer schlechter. so wie es eben die meisten machen oder so wie auch die meisten Patienten pathologisiert werden und angehalten werden, leider durch unser System eben fremdbestimmt zu bleiben. Das hast du ja auch gesagt, so die zurückblickende Weisheit, die du jetzt hast, wo du sagst so, ja ich habe das halt damals auch einfach nicht so durchgezogen, so wie du es heute machen würdest und heute halt auch machst. Darauf wollte ich hinaus. Und diese Verkopftheit ist halt auch was, wie man gerade halt auch mit so einem Thema, also wenn man bei dem Beispiel bleibt, man geht zu einem Arzt, man geht zu einem Physioyer, der sagt ja ein bisschen was anderes, dann fragt man Dr. Google oder Dr. JGPT. Oder Dr. Chris. Oder Dr. Chris. Das ist alles psychosomatisch. Die sagen einem auch alle nochmal was anderes und dann ist mal so, okay, dann mache ich jetzt irgendwie Iso's, dann baue ich die Sätze. Ich weiß es nicht. Dann baut man das halt, dann baut man sich das zusammen, macht die eine Woche das, die eine Woche das und dann wiederum hier und also so war es bei mir, wie du sagst, diese Verkopftheit ist oder auch dann tatsächlich auch eine gewisse Unsicherheit an meine eigene Recherche und die Ergebnisse, die ich hatte und dann daran zu glauben und dabei zu bleiben und eben halt einfach dem Prozess dann irgendwie zu vertrauen, weil dann, ich meine, zu der Phase war es dann auch so, dass ganz viele unterschiedliche Einflüsse in unser Leben hier gekommen sind und so und dann war ich so, okay, fuck, jetzt mache ich das noch. Das war die generelle TMT-Overthinking-Phase, wo du das gemacht hast. Und ja, also es ist auch so, das ist nichts, was ich jetzt irgendwie mit einer Reue zurückblicke oder so, ich meine, es ist nicht so, dass ich abhängig von meinem Knie gewesen wäre in den letzten fünf Jahren. Ich konnte immer alles machen, was ich machen wollte beziehungsweise wollte dann die Sachen nicht machen, die ich nicht hätte machen können und bin ich verstanden in den Satz. Ist ja wurscht. Wow. Es war fast Karl-Valentin-mäßig, aber ja, weiter. Auf jeden Fall ist es gut, das jetzt retrospektiv zu wissen, um es jetzt anders zu machen. Voll. Also es ist ja auch so schön, also sorry, dass ich das so oft versimpelig an euch beiden und so weiter, aber das ist ja schön, dass wir es genau an euch beiden festmachen können. Ja, perfekt. Weil genau darüber können wir sprechen. Sorry, Jungs, ich habe jetzt gleich ein Feedback-Gespräch in 20 Minuten. What? Ja, wir haben so spät angefangen. Ich würde gerne jetzt wirklich auf praktische Ubleiting und Applikationen, was kann jeder von uns tun, jeder von uns, ohne externe Hilfe, um vermeintlich die Unorganisiertheit in der Szene wieder umzuorganisieren in eine vermeintliche bessere Organisiertheit. Kann man das? Ja. Wenn ja, wie? Was mir gerade eingefallen ist, eben so in dieser Sprunghaftigkeit, dann probiert man mal ein bisschen das aus, ein bisschen das aus. Das, was eine Szene braucht, ist Konstanz und zwar Konstanz in Last, Belastung. Das braucht eine Szene. Und deswegen ist es halt gerade bei einer Tendinopathie super wichtig, dass man nicht besonders sprunghaft ist. Letztens habe ich auch wieder, das hat so auf Social Media kurz die Runde gemacht, das hast du bestimmt auch gesehen. Merk dir, wie meine Fragen nie beantwortet sind. So eine, ich habe deine Frage schon längst wieder vergessen, so eine Statistik, also wie lange Leute zum Beispiel ihre ISOs, ihre Interventionen machen müssen, damit das wirklich wirkt. Und da reden wir halt nicht von einem Monat, sondern da reden wir halt teilweise von einem Jahr. Und das meine ich so, wir brauchen Konstanz in der Belastung, also ich habe deine Frage schon beantwortet, und Belastung halt bei Sehnen. Wir reden jetzt übrigens über Patellasehne und Achillessehne. Das haben wir noch gar nicht gesagt, weil dann, ich habe keinen Bock drauf, dass es immer noch passiert, dass die Leute diese Prinzipien auf jede Sehne in ihrem Körper anwenden. Diese Sehnen haben eine gewisse Sonderfunktion. Andere Sehnen in unserem Körper sind ganz anders aufgebaut und funktionieren auch ganz anders. Du hast dir jetzt ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja keine anderen Sehnen. Ach stimmt, sorry, es gibt keine anderen Sehnen im Körper. Weil die anderen sind halt Sehnchen. Das meine ich halt. Die anderen sind vielleicht so kleine Sehnchen. Also wir brauchen Eislos, wir brauchen Last, so load the sucker. Es gibt, Kraft ist die Sprache unserer Zellen. Genau. Und das wiederum bringt mich zurück auf das, was du vorhin gesagt hast. Natürlich glaube ich, dass es die Möglichkeit gibt, dass der Kern der Sehne auch regenerieren kann. Wenn man, und so funktioniert unser Körper, jede Zelle braucht das richtige Signal, dann passiert auch das, was man will. Wenn man es irgendwie schafft, das Signal hinzubringen. Das ist krass, wenn man sich das, bei Selbstorganisation, wenn man sich das mal bildlich vorstellt, ist total geil eigentlich, finde ich. Und ein Problem, in Anführungszeichen, was man ja bei Sehnen geglaubt hat, dass die halt so schlecht durchblutet sind, dass da nichts hinkommt. Kein Nährstofftransport hin, Wecktransport und so weiter. Passives Gewebe, da kann man eh nichts machen. Da passiert nichts, genau. Man weiß, irgendwie Muskeln sind besser durchblutet, sogar Knochen sind irgendwie vermeintlich dann besser durchblutet, dass sie, wie gesagt, so sich auf- und abbauen durch irgendwie Zug- und Stoßkräfte, wie du gerade vorhin gesagt hast. Das ist auch ein Cop-out. Also ein medizinischer Cop-out. Genau, das ist ein medizinischer Cop-out. Ja, und das ist halt einfach falsch. Das ist physiologisch halt einfach komplett falsch. Punkt. Und es ist ja schon auch so, also weil du gerade sagst, eine Sehne braucht Last. Eine Sehne hat ja auch Last quasi oder kriegt auch Last ab, wenn man jetzt einen Sprung macht. Also eine schnelle Kraftübertragung. Aber um die Regeneration quasi anzuregen, brauchst du ja eine bestimmte Art von Last. Wie du gesagt hast, hat eine sehr langsame, isometrische Last. Weil man hat ja diese beiden Eigenschaften von einer Sehne, elastisch und viskös. Deswegen ist die Sehne ein viskoelastisches Gewebe. Und wenn du sie schnell, das ist quasi rate dependent, also geschwindigkeitsabhängig, wie schnell du halt wie viel Kraft auf diese Sehne bringst. Und man muss sich quasi die visköse Eigenschaft so ein bisschen mehr zu Nutze machen, um einen regenerativen Reiz zu setzen. Und deswegen ist das langsamste, was es gibt, ist quasi ein ISO. Also vermeintlich keine Bewegung, wo dann ja doch ganz, 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 ganz langsam Bewegung passiert, aber halt so, dass ein Durchblutungsreiz, sag ich jetzt einfach mal, passiert und halt Last in die Sehne kommt und da auch in die Fasern. Durchblutungsreiz weiß ich jetzt nicht. Also ich würde in allererster Linie mal auf die Kraft verweisen. Ein Kraftreiz. Ein Kraftreiz. Ein Kraftreiz. Der darin resultiert, dass auch degeneriertes Gewebe, das eigentlich vermieden wird, wenn man es schnell belastet, auch wiederum angeregt wird, sich zu organisieren, weil das Gewebe halt irgendwie merkt, ich stelle mir das immer so vor, ah krass, ich bin auch noch hier und muss irgendwie was machen, lass uns mal wieder organisieren so. Ja klar. Schwupp. Kollagenfasern. Wieder bildlich gesprochen, das ist doch total geil. Und dann ganz kurz so. Deswegen liebe ich das auch, weil es eigentlich relativ simpel ist, was die Logik angeht hinter den Interventionen und weil man sich diese Sachen auch alle sehr gut wirklich bildlich vorstellen kann. Ja, ja. Total. Und das macht auch so eine Intervention für mich total geil, wenn ich da so drin sitze und ich mache meine Achillessehnenheißos und ich so vor meinem inneren Auge sehe, so wie die Sehne so ganz langsam in die Länge gezogen wird und die Fasern sich wieder parallel ausrichten. und so. Das ist einfach so, ja, geil, da mache ich es. Habe ich Bock. Habe ich Bock für. Und dann genau da entgegengesetzt von den beiden Sachen, die ihr gerade gesagt habt, die Sehne ist nicht selbstbestimmt, indem sie wieder belastet wird, mit Kraft beschossen wird, wenn man so will, mit einem Kraftreiz, sondern sie wird, wenn es eine Tendinopathie ist, sicherlich nicht seit zwei Wochen, sondern halt seit zwei Jahren oder so, nicht mehr mit diesem Kraftreiz belegt und dementsprechend wird eher die Unorganisiertheit, ja, und die Kompensation in irgendeiner Art und Weise befeuert, beziehungsweise der wird Raum gegeben, weil man fremdbestimmt sich den Schmerz hingibt und immer quasi der Situation ausweicht. Ja. Also hört euch die Folge zum Stress-Shielding an. Ja, genau. Da müssen wir heute jetzt nicht mehr so tief drauf eingehen. Ich weiß nicht mehr, wie die Folge heißt. Ich kann gleich nochmal gucken. Da haben wir da viel drüber geredet. Total viel. Aber es geht eben, und das ist genauso der Punkt, du brauchst hohe Kräfte, die durch diese Sehne fließen. Und diese hohen Kräfte kannst du nicht erzeugen, indem du massiert wirst, zum Beispiel. Das ist ja ganz klar. Sondern wir machen schwere, isometrische Übungen. Ist übrigens auch sehr wichtig, dass sie tatsächlich schwer sind. Ja. Sehr schwer, also über, keine Ahnung, jenseits von 75 Prozent vom OneRM. und OneRM ist ja auch so, okay, was für ein OneRM meinen wir jetzt hier gerade, wenn wir von isometrischen Übungen reden. Aber eben, richtig, richtig schwer, richtig, richtig viel Kraft dadurch jagen für 30 bis 45 Sekunden. Das ist immer so die Empfehlung. Ja, fertig. Und es ist so, weißt du, es ist nicht so deep und natürlich kann man das noch viel, viel mehr zerlegen. aber das ist, glaube ich, erst mal die Basis von jeder Achillessehnen oder Patellasehnen. Ich glaube auch, das ist der Punkt, weswegen es bei manchen Menschen bis zu einem Jahr dauern kann, weil man auch erst mal lernen muss, die so richtig schwer zu machen, dass dieser Reiz so auf diese Art und Weise ankommt. Weil bei dieser Basketballstudie, ich glaube, ein super praktischer Punkt, den du gerade sagst, da haben, glaube ich, sechs Wochen gereicht und es war weg. Voll. Weil die es können. Ja, genau, die es halt können. Du kannst dich auch schwer beladen. Da hast du mir über nachgedacht. Ja, voll. Klar. Und auf der anderen Seite. Wie so Five Effective Raps mäßig ist das jetzt so. Ja, ja. Welche 30 Sekunden schwere ISOs sind die effektiven? Die Protokolle sind ja auch teilweise so, okay, wir machen, du machst dreimal am Tag deine ISOs jeden Tag in der Woche. Ja. Und da war ich so, what? Ja, ja. So, ich habe das zwei bis dreimal in der Woche gemacht für drei Sätze pro Einheit und noch ein paar Wadenheber. Aber ja, ich habe halt den Skill, das tatsächlich schwer zu beladen und dementsprechend mache ich es halt auch so, dass es wirklich ankommt und dass diese Kraft durch dieses Gewebe durchgeschickt wird. Wollen wir noch kurz auf Tentencreep eingehen, weil du hast vorhin gesagt, wir müssen uns die Wiesküse eigentlich schaffen. Sorry, guys. Ich möchte jetzt nochmal ganz faktisch für alle, die zuhören, würde ich nochmal gern wirklich von euch beiden, weil das ist so lapidar nach draußen gehauen worden und so weiter. Ich mache halt meine Achelsszenen, ISOs und so weiter. Ich möchte von dir ganz klar beschrieben haben, wie du es gemacht hast und ich möchte ganz klar von dir beschrieben haben, wie du es für deine Patellaseine gemacht hast. Dass alle, die zuhören, wirklich sagen, okay, ah, das habe ich jetzt verstanden. Let's go. Ich habe am Anfang von meinem Training nach einem kurzen Warm-Up drei Sätze a 30 bis 45 Sekunden Badenhebe-ISOs gemacht in der Beinpresse. Das heißt, ich habe nur meinen Vorderfuß auf die Plattform der Beinpresse gestellt, sodass die Last eben wirklich durch meine Bade und durch meine Achillessehne fließt. Das habe ich in drei leicht unterschiedlichen Positionen gemacht, also leicht unterschiedliche Winkel in meinem Sprunggelenk, quasi einmal eher dorsal flektiert, einmal eher neutral und einmal eher plantar flektiert. Das habe ich dann irgendwann auch aufgehört und habe quasi nur noch die dorsal flektierte Variante gemacht, weil in der konnte ich einfach am meisten Gewicht halten. In dieser Position konnte ich am meisten Kraft durch dieses Gewebe schicken und deswegen habe ich die dann irgendwann bevorzugt. bevorzugt und wie gesagt, das habe ich zwei bis drei Mal pro Seite, also ganz wichtig by the way, dass man die Seite, also dass man das unilateral macht und nicht bilateral. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten hast du wieder die Möglichkeit zu kompensieren und dann du gibst deinem Körper, deinem System die Möglichkeit, dass er die Kraft eben wieder irgendwo anders durchschickt und nein, 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 mein Freund, die Kraft geht genau dadurch und zwar nur dadurch. Okay, darf ich dich da nochmal, wie hast du den Fokus auf deinem Fuß gelenkt? Hast du irgendwas in den Fokus genommen? Worüber hast du die Kraft generiert? Also erstmal eine relativ ausgeglichene Belastung über meinen ganzen Fußballen mit Tendenzfußballen vom großen Zeh und das ist eben auch das Wichtige, weil Leute haben auch gesagt so, oh ja, warum machst du den Stretch? Also das ist kein Stretch. Das ist nichts Passives. Ich habe die ganze Zeit, während ich diese ISOs gehalten habe, so fest ich konnte, das Gaspedal runtergedrückt. Das heißt, ich habe meinen Fußballen so fest in das Pad, in die Plattform der Beinpresse reingedrückt, wie es nur ging. Ich habe gegrindet. So, das ist keine Show, dass ich nur das Gesicht verziehe und zwar von Sekunde eins an. Das ist nicht so. Ich halte hier mal ein bisschen, am Ende wird es ein bisschen anstrengend und dann muss ich einmal kurz schwer atmen. Nein, 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 nein. Das ist 100 Prozent reinballern über diese ganze Distanz. Und zwar mit einer Last, die ich, wenn ich absetze, vielleicht noch ein paar Sekunden hätte halten können und dann hätte ich es nicht mehr halten können. Also das ist genau die Sache. Das ist ein... Und? Also ich bin immer noch, ich finde immer noch diesen Gedanken von, Leute haben einfach den Skill nicht und deswegen müssen sie es vielleicht auch super oft und super lange machen. der ist total logisch. Und es kann natürlich auch sein, um das ein bisschen in Perspektive zu rücken, dass wenn man das akuter hat, als du es vielleicht hattest oder schmerzhafter, dass man dann da nicht gleich an diesem Punkt anfangen kann, sondern sich da ein bisschen rantasten muss. So, also... Ja, ja, ja. Aber es muss nicht bedeuten, dass es lange ist. Ich glaube aber trotzdem, ich glaube, dass... Also du meinst jetzt schmerzinduziert? Ja. Okay, weil ich muss sagen, jetzt anekdotisch von mir, und natürlich wir wissen, wie wir uns belasten können und so weiter, aber ich bin ja voll bei Team Queez da auch letztendlich und wir haben natürlich eine Kaiserbeinpresse, das heißt, wir können das halt super, super, super gut einstellen. Also mit der Kaiserbeinpresse kannst du halt genau diese Eissus für die Achillessehne halt paar Excel aus durchführen. Du kannst sogar während du in der Position bist noch den Widerstand hoch oder runter fahren. Das ist natürlich unfassbar krass. Das ist der krasseste Hack in der Achillessehne-Reha überhaupt. Also diese Maschine. Das ist wirklich krass. Und ich muss sagen, dass in der Zeit, und meine Achillessehne war ja, oder war, ist, drucktolent die letzten 12 Jahre, würde ich sagen. Und je mehr Load ich da durchgezogen habe, desto, also instantly, genau wie du es auch beschrieben hast, einen Tag danach und letztendlich so das Swelling, wenn man so will, und vermeintlich die Organisiertheit hat sich sofort eingestellt. Das ist doch ultra krass. Also die Schwellung ist rausgegangen. Ganz genau. So stelle ich mir das übrigens auch vor, dass wenn man da richtig viel Kraft durchjagt, dass man den Schwamm halt geil auspresst. Natürlich. So, und wahrscheinlich funktioniert es physiologisch sogar tatsächlich so, auf eine Art und Weise. Ich stelle es mir genauso vor. Je organisierter das ist, desto weniger Potenzial für Schwammnässe, also für Wassereinlagerung gibt es, weil gar kein Raum besteht. Und wenn Organisiertheit besteht, dann entstehen Räume, wo sich quasi Flüssigkeit ansammeln kann. Wenn quasi das nicht besteht, wenn das alles parallel ausgerichtet ist, dann ist da schlichtweg kein Platz. Ja. Also was ich nur sagen wollte ist, bei mir ist es definitiv so. Also so, Shoutout Kaiser, das ist der geilste Scheiß. Ein Gefühl an Isokineten. Ja, wirklich. Also es ist super, super geil. Und da kommt dann auch wieder ein bisschen das Spiel, was wir vorhin mit der Schmerzskala so ein bisschen abgetan haben. Manchmal wird es in der Session ein bisschen wehtun. Manchmal ist es im ersten Satz auch so, dass es wehtut im zweiten und im dritten dann immer weniger, was ein gutes Zeichen ist, finde ich. Und wie gesagt, solange es am nächsten Tag dann besser ist und weg ist, ist es absolut fein, dass es halt ein bisschen wehtut. Und wie gesagt, ein bisschen wehtun ist halt je nachdem, wie ihr so drauf seid. Bei dem bisschen wehtun sind wir wieder genau bei dem initialen Gespräch, was wir hatten. Das musst du halt lernen. Du musst halt unterscheiden können, ist es ein gutes wehtun oder ein weniger gutes wehtun. Das ist halt zum Punkt. Ich meine, der Schmerz, in Anführungszeichen, den ich halt während diesen Eissus habe, ist kein, mir tut die Achillessehne so weh, wie sie mir eben wehtut, wenn ich aufstehe, sondern es ist halt so ein Trainingsschmerz halt einfach. Es ist halt sau unangenehm und es tut schon auch weh, aber es ist halt dieser gute Trainingsschmerz, den ich wahrnehme. Und da sind wir wieder bei Schmerzskala so, ich habe keine Ahnung, wie Leute das einschätzen. Die merken, es hat jetzt irgendwie wehgetan, aber es war eben nicht der eigentliche Schmerz, den sie im Alltag haben und so weiter. Also für mich ist es total leicht, das zu differenzieren, aber gut, das bin natürlich nicht. Aber für Dritte halt, also das haben wir ja vorhin schon gesprochen. Okay, Basti, was hast du gemacht oder was machst du? Ich habe mir immer eine Leg Extension gewünscht, wo ich ganz isoliert einen Quad quasi hätte für 30 Sekunden so stressen können, wie der Kreis hat in der Achillessehne. Die hatten wir nicht und ich war auch einfach zu faul oder dachte nicht, dass es so wichtig ist, um irgendwie einmal oder zweimal die Woche in ein anderes Gym zu gehen und mich in eine Leg Extension zu setzen. Ich habe mir dann selber eine gebaut, was so semi gut funktioniert hat. Ich habe da kurz Fragen, weil man hat ja diese, wenn ihr das kennt von Basti, wenn ihr den verfolgt auf Instagram, dann hat man sich ja immer da gesehen. Das war ja immer die gleiche Pose und so, aber jetzt ist es irgendwie ein Sexkeller. Das ist mein Keller für diverse Sachen. Nein, das war bei Kunden von mir zu Hause. Und da konnte ich, Also ein Sexkeller von Kunden. Bei Kunden, okay. Weil die so einen passenden Hocker hatten. Ah, ein Hocker. Ach, da war ein Hocker drin, ja. Wo man sehr gut das Seil und Seil spannen konnte. Dass man da relativ gut in diesen, weil beim Knie ist es so, der Chris hat es gerade gesagt. Es ist schon sehr lustig, wenn man sich das heute mal anschaut, diese Folge auch so. Ist schon eigentlich wichtig. Die dorsal flexierte Position hat gut funktioniert und es ist meistens so, dass die lange Position bei Sehnen irgendwie die relevante ist. Und beim Knie ist es halt eine gebeugte Position. Also gebeugt nicht wie möglich, weil es zu viel ist. Die lange Position des Muskels, aber nicht der Sehne. Ja. Also ja, ja, ja. Ganz wichtig, das zu sagen, weil eben die meisten Muskeln in einer gedehnteren Position höheres Kraftpotenzial haben und darum geht es ja, dass der Muskel, der erzeugt ja die Kraft am Ende. Ja. Also der sorgt ja dafür, dass der externe Widerstand dann bewältigt wird und der Muskel zieht an der Sehne. Genau. Das heißt, der Muskel muss viel Kraft erzeugen, damit viel Kraft durch die Sehne fließt. Ja. Auch wichtig fürs Verständnis. Und beim Knie oder auch, also in der Patellasehne-Forschung sind es halt diese, das verdreht es wahrscheinlich, ähm, sind es 70 Grad? Ich glaube, egal. Auf jeden Fall soll das Bein nicht gestreckt sein, sondern vermeintlich, also ich habe es immer so grob am Spiegel knapp über 90, also knapp über 90 Grad gehabt und das ging da sehr gut. Auch da, also macht der gefühlt auch total Sinn, Ja, es hat auch so der Punkt, wo es vermeintlich immer so am meisten gestresst werden kann in der Kniebeuge oder in der Bewegung und so. Und ja, da bin ich halt reingegangen und wenn ich gerade irgendwie akuter Schmerzen hatte nach unserem Basketball-Match zum Beispiel, da habe ich das Bein weiter gestreckt, weil ich dann Last quasi durch die Sehne schicken konnte, ohne sie zu, ähm, krass zu triggern und das war ein Setup und ein anderes Setup war Wall-Sit, also beidbeinig an der Wand mit so einer Langhantel, weil man es halt auch geil schwer machen kann und, ähm, Split-Score-Isos, diese drei Sachen. Wall-Sit, hast du, welchen Kniewinkel hast du da eingenommen? Ah, auch knapp, knapp über 90, weil auch da, es geht um den Muskel auch so ein bisschen und man spürt da seine Sehne, nicht außer das tut irgendwie weh, aber sonst merkt man ja nicht, gerade in der Kundenposition, das wird viel Last durchgeschickt, man spürt einfach den Muskel so und beim Wall-Sit ist es für mich so, weil man schiebt, man kann ja dann auch bei einem Wall-Sit so ein bisschen in die Wand schieben und die Muskelspannung noch erhöhen, das wollte ich dich gerade fragen, wie hast du vom Fokus her deinen Fuß im Boden geschoben, Vorfuß, Mittelfuß, Ferse? Ah, ist schon so Tripod-mäßig, aber schon eher so Innenkante, Vorfuß, einfach nach hinten durchgeschoben, wie als ob ich in einem Beinstrecker sitze und da ist es schon... Also schon kniedominant. Ja, ja, brutal kniedominant, damit meine Quads halt platzen und ich fand immer, das geht besser, wenn ich knapp über 90 Grad bin. Also eine isometrisch gehaltene Übung, aber du denkst die ganze Zeit, ich will mein Knie strecken, ich will mein Knie strecken, ich will mein Knie strecken. Und auch das ist wiederum sowas, deswegen brauchen manche Leute vielleicht ein Jahr dazu. Das muss man auch lernen können. Genau, weil im Wall-Sit kannst du dich nämlich auch einfach reinziehen. Kannst du auch abhängen einfach. Und das ist schon auch anstrengend, dann tut auch irgendwie weh und so. Ja, und man kann warten, bis man an den Punkt kommt, dass man so arbeiten muss, dass man nicht runterfällt halt so, weil irgendwann muss man früher oder später bewusst auch, okay, es geht nicht mehr, ich muss es mehr anspannen, mehr anspannen. Aber am Anfang kann man halt auch drinnen hängen und es passiert halt so, also nicht unterbewusst, aber man hängt halt einfach und wartet darauf, dass es anstrengend wird und dann gibt man Gas. Man kann aber auch gleich von Anfang an Gas geben. Punkt. Ich habe immer so, weil du es jetzt gerade gesagt hast, also jetzt als ich mich damit ein bisschen mehr beschäftigt habe, eben so vor ein paar Wochen oder Monaten oder wie lange das her ist, da dachte ich mir immer so, ich glaube, du wärst viel, viel schneller zum Ziel gekommen, wenn wir einen Beinstrecker im Gym gehabt hätten. Und zwar viel, viel schneller, weil eben bei mir klar geworden ist, dass es eigentlich nur ums Loading geht und wenn man halt einen sehr effizienten Weg hat, die Quads und dann wiederum die Patella zu loaden, dass das halt, das ist halt die Sache. Das braucht es halt. Und du hattest halt nicht die Möglichkeit, auch was du gerade aufgezählt hast, so Wall-Sit, ja, schön und gut, Split-Squad-Iso, schön und gut, aber diese Dinge sind, das sind alles ineffektive Interventionen, um die Quads und die Patella zu loaden. Das heißt, du hattest auch bei uns im Gym gar nicht wirklich die Möglichkeit, außer mit dem selbst gebastelten Setup und so weiter, aber auch das, weiß ich jetzt nicht. Auch das aus dem dubiosen Keller ging auch nur begrenzt, weil der Stack war relativ schnell halt voll, ich musste den ganzen Stack nehmen und hatte dann 60 bis 90 Sekunden Zeit und das ist dann auch wieder okay. Ist auch cool, tut auch gut und so weiter, aber ist wahrscheinlich nicht der richtige Reiz, um wirklich komplett, weißt du, da hast du dann, der Muskel arbeitet, die Sehne arbeitet bis zu einem gewissen Punkt, aber du hast jetzt nicht dieses brachiale, den brachialen Alignment-Reiz quasi für die Fasern. Ja. Der Reiz reicht einfach nicht aus, weil die absolute Kraft nicht hoch genug ist, damit die Sehne eben in die Länge gezogen wird, die Fasern sich neu anordnen können, das Wasser rausgepresst wird aus dem Gewebe etc. Also die einzige Sprache, die Sehnen und Tendinopathien am Ende verstehen, ist Kraft. Können wir nochmal festhalten. Kann ich auch nochmal sagen. Und beim Splitscord bin ich auch immer so, also der Jake ist auch großer Fan vom Splitscord, alles so einfach. Und wie führt er den genau aus? Also wie ist sein Kniewinkel? Also, ach du, sein Kommentar ist schon, ich habe noch nie mit ihm gesprochen und also was ich immer so raushöre ist, hey Alter, mach das, was für dich gut funktioniert und dass du halt eben den, was das, wo wir gerade drüber sprechen, kriegst, kann für dich ein Bulgarian sein, kann für dich ein normaler Splitscord sein, mach das so, wie es gut für dich funktioniert. Es gibt auch, also das ist nicht von ihm jetzt, aber so irgendwie. Wenn du es kannst halt. Genau. Und viele, und es wird auch immer wieder, immer wieder genannt, sind diese Spanish Squats, wo ich mir auch so denke, so habe ich nie gecheckt, den Dreizeichen zu kriegen, über den wir gerade gesprochen haben. Ich weiß nicht wie. Also auch mit Gewicht natürlich on top, aber weiß nicht. Kannst du mich auch. viel zu viele Variablen drin, sowohl lehnst du dich hin mit dem Oberkörper, stehst du überhaupt wirklich stabil und so weiter. Also ja, same, habe ich jetzt auch nicht so wirklich gecheckt. Ja, Spanish Squats übrigens ist das, wo man quasi ein Superband um irgendwas rumwickelt, da mit beiden Knien reinsteigt und quasi eigentlich eine Kniebeuge-Unterstützung kriegt. Also in der Theorie macht es schon Sinn für mich, weil man muss dann dagegen arbeiten und das Knie wieder strecken. Aber war für mich nie irgendwie, ja, und es ist halt auch irgendwie so, also alles, wo man halt viel aufbauen muss und Setup und Zeug und irgendwie so viele Variablen sind, ist halt auch irgendwie nervig und macht man dann nicht so. und ja. Genau, aber beim Splits Squat, das wollte ich eigentlich gerade sagen, war für mich das hintere Knie dann immer das Problem. Vorne kommt man in eine gute Position, könnte es gut loaden, aber wenn du dann gerade irgendwie ein gereiztes Knie hast, ist halt häufig so, kennt man auch bei unterschiedlichen Knieproblemen, dass dann das hintere Knie mehr wehtut. Und wenn du dann auf der einen Seite quasi einen guten Reiz setzt, aber hinten merkst du, oh scheiße, irgendwas tut weh, dann sind wir wieder da, dass dann sofort die Verkopftheit und die Verunsicherung getriggert wird, mache ich gerade das Richtige und so weiter, man zieht es da nicht so durch. Ja, und das hatte ich auch nur phasenweise und ich hatte phasenweise, das weiß ich noch, habe mir Zughilfen, keine Ahnung, zwei 40er Kurzhantel genommen und für 20 bis 30 Sekunden Splits Squat-ISOS gemacht. Also ich war mal an dem richtigen Punkt, habe es dann aber aus den Gründen, die wir gerade hatten, halt nie irgendwie konsequent lang durchgezogen. Ja, aber hast du da auch, weil ich finde, das ist schon praktisch sehr, 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 sehr wichtig, weil wie hast du versucht, deinen Fuß zu belasten oder wo hast du quasi imaginär gegen den zu überwindenden Widerstand gearbeitet? Also bist du einfach nur in der Position abgehangen oder hast du auch proaktiv dein Knie, also deinen Fuß nach vorne geschoben oder nach hinten gezogen? Nach vorne geschoben. Genau, also das hast du proaktiv gemacht, weil es ist, wahrscheinlich nicht von Anfang an, aber es ist eine total wichtige Information, weil ansonsten ist es genauso wie beim Wall-Sit, dass du halt da abhängst und nicht proaktiv eine Intention verfolgst. Ja, so. also dementsprechend natürlich auch Gewebe unterschiedlich oder halt nicht adäquat belastet. Mittlerweile kann ich es gar nicht mehr anders machen. Ja. Und deswegen sind diese 3-Minuten-Eisos auch so ein richtiger Pain für mich, weil ich von der ersten Sekunde an, wie du es gerade beschrieben hast, halt mein Bein strecke und bei 3-Minuten kannst du schon mal ein bisschen pacen. So. Habe ich am Anfang halt nicht gemacht, weil ich dachte mir, hey, wenn schon, denn schon, dann will ich auch den maximalen Reiz haben und habe auch in den, also das sind Bodyweight-Eisos, die man 3-Minuten macht, die wiederum, die sind mit Sicherheit auch, sind zu 100% auch gut für euren Muskelsehnenkomplex, aber auf eine bisschen andere Art und Weise. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber da spricht man dann, glaube ich, eher so von der Belastungskapazität und von so einer, ich will jetzt nicht sagen, Kraftausdauer, aber so, man trainiert die Sehne, aber man setzt halt nicht so einen Reiz, dass in dem Sehnenkern diese Last ankommt, von der wir gerade gesprochen haben. Ja klar. Trotzdem geil. Unterleihung, geiles Kopftraining. Trotzdem auf eine Art und Weise. Geht ja fast nicht anders. Genau. Deswegen, ich kann es gar nicht mehr anders machen und es ist super wichtig und hätte mir wahrscheinlich von Anfang an auch irgendwie geholfen, da so reinzugehen, aber ja. Reden wir jetzt eigentlich schon über eine Stunde, weil ich bin, für mich fangen wir eigentlich gerade erst an und es fühlt sich an, als würden wir 15 Minuten Podcast machen. Ja, wir reden schon, wir reden über eine Stunde, ja. Das ist verrückt. Ja. Ich würde ganz kurz nochmal, weil wir haben ja schon zwei sehr gute Folgen zu dem Thema gemacht und heute war jetzt so ein bisschen rausgesoomt, ein bisschen allgemein, aber wenn ihr quasi wirklich das, die Zusammenfassung von Bastis Sehnenbuch, was er damals geschrieben hat, hören wollt, Folge 115 und 116, da gehen wir relativ strukturiert auf, eben sowas auf, ein wie, wie ist eine Sehne aufgebaut, diese ganzen Dinge, also das ist noch ein bisschen, ja vielleicht ein bisschen strukturierter zu diesem expliziten Sehnen-Thema als unser Gespräch heute, also hört euch die beiden Sehnen-Folgen an, das sind auch nach wie vor, glaube ich, so beide in der Top Ten der beliebtesten Folgen aller Zeiten übrigens vom Podcast. Spannend, ja. War jetzt sehr dezidiert. Genau, weil, ich sage das jetzt auch, weil ich hätte schon echt noch relativ viele Themen, die wir besprechen könnten. Wir können ja auch nochmal eine Folge hinhängen. Ja, das machen wir eh. Aber nur, weil eben... Also ihr könnt jetzt auch noch weiterreden, nur ich muss es halt raus, weil... Nee, jetzt ist ja Training auch und so und... Ja. Weißt du? Ja, ja, genau. Also ich würde sagen, wir machen für heute zu. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben auch die Aufmerksamkeitsspanne der Zuhörerinnen lang genug gestresst jetzt. Okay, ciao. Also schön, dass ihr da wart, auf jeden Fall. Und, wenn wir da eh nochmal eine Folge machen, irgendwann, dann, weil ich mag das immer gerne, dann stellt eure Fragen und dann können wir in der nächsten Folge, wenn wir nochmal über Sehen, Reha, das Training dazu und so weiter sprechen, können wir auch eure Fragen mit aufnehmen in diese Folge. Ja, vielen Dank. Hey, ähm, da klinge ich mich dann telefonisch dazu wahrscheinlich. Ja, schau mal halt mal, wann wir das machen. Ja. So. Das muss ja nicht morgen sein. Samstagabend, alle Abendsabend. Ja, genau. Genau, wir machen durch einfach. Ja, genau. Okay, ja, vielen Dank und bis bald. Okay, bye.